So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3 mit hier dem, da dem Spocko, der mich die ganze Zeit schon nervt, seit ein paar Minuten. Hallo Leute! Nach zwei Wochen checkt er das ganze Spiel mal wieder, ne? Ich müsste eine halbe Stunde vorher anfangen. Ja, weil der gute Murphy nicht ins Origin kommt. Ja, wenn die immer mein Passwort ändern. Ja, ja, das passt. So, weiter geht's. Der Murphy hat gesagt, ich rede zu wenig, also wird heute gesammelt bis zum Umfallen. Oh, Gott, bewirkt mich. Haut alles k- Flipper! Das sind schlagende Argumente heute, die es hier geben wird. Hier? Guck mal hier, das ist ein Stundenplan. Ein Stundenplan? Für die Messi-Halle. Heute wird nur noch Crab gesammelt. Gesammelt oder gesammelt? Gesammelt, weil es ist die Messi-Halle. Ich krieg die Tür nicht auf. Ja. Habe ich gerade eben eine halbe Stunde lang erklärt, wie es geht. Du musst eh drücken. Wow! Standbild habe ich übrigens heute sehr oft wahrscheinlich. Wo geht's hier lang? Da kommt einer. Ja, mach rein. Und zwei. Oh ja, ich glaub so schön. In den Kopf. In die Fresse, Mann. Was ist denn heute hier los? Checkst du das noch, ja? Oder muss man die wieder... Mit der linken Maustaste schießt man, übrigens. Mit der rechten zielt man. Dein Wecker klingelt. Guten Abend. Also für so ein Beginn ist das hier ganz schön stressig, muss ich mal sagen. Kannst du da mal irgendwie mal die Schwierigkeit auf... Oh, über uns. Die Schwierigkeit runterstellen auf leicht, weil... Alles an... Alles andere kann ja jeder. Hm. Kann die Schwierigkeit gleich mal in Höhen, indem ich Frankly Fire anmache. Ich bin doch mal dahinter hier weg. Nee. Da ist doch klar keiner. Ich seh keinen. Hier ist niemand. Nein. Was ist denn hier heute los? Was ist denn hier alles Stress, oder was? Die ganzen Messis hier. Willkommen in der Messie-Familie. Bei Grey Grey. Der gute Grey Grey. Hier ist irgendwas angegangen. Ich hab hier ne Maus gefunden, ne elektronische. Ein alter Sucher-Bot. Könnte noch nützlich sein. Nimm mit. Was? Transformers. Drücke drei, um den Sucher-Bot auszurüsten. Ich drücke drei und habe den Sucher-Bot ausgerüstet. Halte rechte Maus und folge dem Radar. Radar, 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 Radar. Ich drücke immer den Sucher-Bot. Nach was sucht der Bot? Ich weiß nicht. Nach Epyx! Epyx? Ja, hier macht's Pipi-Bip. Epyx for free. Hier gibt's irgendwas. Guck mal, ne Katzenkiste. Der... Die muss zum Arzt. Der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Check das mal, kleiner Bot. Wir nennen den Bot jetzt Hesekaja. Wenn er nicht Voran macht, mach ich ihn kaputt. Voran! Was macht der da? Hast du auch einen? Natürlich! Wie kann man die wieder aufsammeln? Gar nicht! Na toll, die Tasten kaputt gemacht. Ich hab den nicht kaputt gemacht. Wo ist er hin? Nee! Das war's. Das war's. Deswegen heißt die Vase, Vase. Was ist denn jetzt hier mit dem... Ich drehe drauf. Komm ja. Scheiß Ding! Mann! Also das müsste man eigentlich aus meiner Sicht mal sehen. Wie du hinter diesem Teil. Ja, dann besorg dir den besseren Rechner. Ist der Nackenklatsch oder was? Hier, ich geh da jetzt mal hoch. Kann man hier hoch? Hier geht's hoch? Weg da! Porno-Hilfe. Ah! Soll ich ja weggehen, ne? Need help, Leaps? Ihh, hier fliegen Gebeine. Unvorstellbar. Was ist das denn hier? Ah! Gott! Ah, es leuchtet rot. Schießen wir mal drauf. Was ist das denn? You gonna die! Ah! Wie? Du Spacko! Nutzt mein Medipack! Du bist down! Ja. Wo ist der Sucher-Bot? Ja, in die Luft geflogen. Kriegen wir keinen neuen? Ist mir jetzt auch egal. Ich geh jetzt mal weiter, weil... Von da kommen wir. Ist doch gar nicht wahr! Ja, drück doch mal B! Boah, du bist... Du bist so... ...verplant heute. Ja, mach du mal. Monsters! Ja, da oben kann ich dir leider nicht helfen. Doch, indem du die Treppe hochgehst. Ich atme schon schwer. Ja, Junge. Alter. Hotzer Kaffee. Hast du die skillige Einheit von mir gesehen? Cool, oder? Nee, die ist ja gar nicht rün. Können wir jetzt weiter? Natürlich. Irgendwo ist hier noch ein Mob. Dann mach mal sauber. So, der ist weg. Ich hab doch gesagt, die Leiter hoch. Ja, genau. Was? Da schreit einer. Deine Mama. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Oh, ich hab wieder... Nee, hab ich doch eins. Waa! In die Fresse! Was machst du denn da? Boxen! Das ist ein Boxenluder! Ich hab kein Medi-Fresse mehr. Was? Auch Äpfel. Da kümmerst du dich drum. Du bist hier der Mr. Soldat. Au! Ja genau, mach mich weg. Gibt es einen Grund dafür, dass du mich haust? Ja, damit du nicht einschläfst. Ich bin sowas von topfit. Aktivieren! Freundschaftsringe-Bonus. Nicht schon wieder. Was? Keine Freundschaftsringe. Äh... Äh... Also... Was haben wir hier eigentlich zur Auswahl? Einen kompakten Standardrahmen. Nee, wir haben doch eben irgendwas bekommen. Ja, ich guck. Upgrade-Platin 2 von 4. Hm, Hydraulikantrieb. Genau. Der ist aber Kram. Der, äh... Macht nur Nahkampf, der Match. Ja, dann... Muss man doch nicht einbauen. Beziehungsweise man kann den ja vielleicht... Man... Also ich kann es zumindest in die zweite Waffe, die hab ich nämlich noch nicht modifiziert, dafür benutzen. Als unteres Tool. Upgrade-Platin. Hab ich nirgendwo was von... Ach, jetzt bin ich ganz raub. Nee, der bastelt. Hast du ein Medipack noch für mich? Äh, ja, aber du kriegst keins. Na, das ist ja... Nice. Nice. Guck mal, mit dem Hydraulikantrieb. Du kannst dich mal... Du bist gerade. Ich bin gerade. Du bist gerade. Ein Medipack möchtest du? Ja, wär nicht schlecht, ne? Ich hab noch vier Stück. Was ist das denn hier? Waffen-Upgrades. Core-Pater hat dir folgendes gegeben. Medipack. Ein kleines. Ha, erfolgfrei gescheitert. Bereitwillig teilen. Ja, so kennt man mich. Bereitwillig vor allen Dingen, ne? Nachladen. Diese Waffen teilen herstellen, herstellen und ausrüsten. Müssen deine Zuschauer jetzt wieder langweiliges Gebastel von dir angucken. Eine Stunde lang. Müssen wir es. Noch abschalten. Ja, eben. Ich weiß nicht, was das soll. Huch! Der Burfi kann ja mal Marken setzen hier für das Video und dann, äh... Hey, hier sind... Hilfe! Drückt doch ganz oft E. Ja, ich bin in der... Hast du auch ein Medipack? Ich sehe, es wird lustig heute. Komm, mach den Scheiß mal. Gib mir das Medipack und zeig mir mal die Waffe. Was? Schlägt der jetzt mit der Waffe zu, oder was? Ja, wenn du... Also... Mit dem Hydraulikgedönse? Genau das. Tiger Upcard! Oh. Und ja. Und aufschauen. Backstation. Alle Sicherheitsstufen. Eine Käferstation. Kannst du es wieder nicht? Nee, ich habe gelesen. Weil ich habe... Dachte, hier kann man backen, aber... Eine Backstation. Verbindung unterbrochen. Oh, Gott.